Seid gegrüßt, zurück zu Command & Conquer Okay Und Fuck Nee, nee, das ist unser Tiberium Unser Tiberium Oh, die greift mich nicht mehr an Jawohl, Sir Gut, die schicken immer noch die Panzer und so dahin Jawohl, Sir Das ist klar Jawohl, Sir Meine andere Sache, die Ressourcen sind hier alle begrenzt Fertig Wird gebaut Jawohl, Sir Jawohl, Sir Zieht ihr euch zurück Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Und Wir kommen jetzt hier rüber Jawohl, Sir Breche auf Jawohl, Sir Und dann Ich brauche halt die Panzer Von euch stellen wir noch zwei her Jawohl, Sir 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 2 vorher, und sammeln vorher mehr Soldaten, alle her, wir suchen den Konflikt hier noch nicht, wir bauen lieber noch 2 Kampfhanzer, und 2 Flammenwerfer, und dann, versuchst du mal sehr schnell hier vorbeizufahren, da ist dich, gut da wäre die Basis, aber ich könnte vielleicht, aber auch nur vielleicht, was echt dummes machen, was aber auch echt lustig wäre, Ok, wir haben jetzt schon mal 3 Panzer, ja gut, wenn wir entbeimen, ach so, das ist ja meine, ich denke immer noch, wenn ich rot sehe, dann sind das unsere Gegend, ich habe vor, Späulern, Ingenieuren hier möglichst zu landen, wenn das irgendwie geht, da brauche ich noch ein Wüsten, ja, Konstruktion fertig, wird gebaut, Breche auf, Wir stehen in Ordnung, Ja wohl, Sir, Ja klar, Sir, Ja wohl, Sir, Breche auf, Ja wohl, Sir, Schon dabei, Das wird bestimmt irgendwo eine Stelle sein, an der ich landen kann, Sofort, Sir, Ähm, nochmal so, Abgebrochen, Wird gebaut, Jawohl, Sir, Jawohl, Sir, Konstruktion fertig, Konstruktion fertig, Geltmittel und Färbend, Gestoppt, So, Abgebrochen, Konstruktion fertig, Jawohl, Sir, Wird gebaut, Oh, ja, Jawohl, Sir, Breche auf, Ähm, In Ordnung, Jawohl, Sir, Wenn's klappt, Ich speichere mal kurz ab, Wenn's klappt, Dann will ich die, Ja nicht beschädigen, die, Da, Die Orcas, Breche auf, In Ordnung, Breche auf, Kann ich dort jetzt landen, Jawohl, Sir, In Ordnung, Kann ich, Los, Beeilung, Bin grad beschäftigt, In Ordnung, Uuuuuh, Wenn's so ne Kommandoeinheit wär, Natürlich noch besser, Wenn's so ne so hohe, Einheit verlobt, Hat, Ne, Es reicht nicht aus, Jawohl, Sir, Recher auf, Einheit verloren, Ähm, Konstruktion fertig, Wird gebaut, Könnte doch ausreichen, Wenn ich's schlau anstelle, Allerdings, Darf ich dann keinen Techniker dort dran haben, So, Stand gut da raus, Ähm, Sicherheitshalber bräuch ich aber zwei von euch hier, Jawohl, Sir, sofort, Sir, Jawohl, Breche auf, Oh, Das ist schlecht, Bestätigt, 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 Geh rein, Jawohl, Sir, Breche auf, Breche auf, In Ordnung, In Ordnung, Breche auf, In Ordnung, Jawohl, Sir, In Ordnung, Du musst jetzt landen, Breche auf, Breche auf, Breche auf, Jetzt traust du ab, Breche auf, Breche auf, Breche auf, So, Konstruktion fertig, Wird gebaut, Äh, Ich kann da leider nicht landen, Hm, Hm, Vielleicht ergibt sich dann doch noch, Irgendwas, Mh, Sonst, Mh, Boah, Flat wäre ja nur eine Möglichkeit, Und zwar fantastisch, Abgebrochen, Wird gebaut, Jawohl, Sir, Kann ich dort landen, Dort könnte ich landen, Tatsächlich, Ähm, Okay, Dann laden wir jetzt, Euch rein, Oh, Euch zweifelt, Aber gerade auch noch keinen laden, Und dann heißt's, Ab in die feindliche Basis, In Ordnung, Einheit verloren, In Ordnung, Das ist nicht so toll, In Ordnung, Äh, Breche auf, Einheit verloren, Jawohl, Sir, In Ordnung, Schon dabei, Äh, Breche auf, Okay, Theoretisch gute Idee, Praktisch, Mangels an der Ausführung, Dass, äh, Ich dort kein, Äh, Das ganze nicht aufsprengen kann, Mit dem, Mit dem, Anwerfertyp, Jawohl, Sir, Support, Sir, Aber das können wir ja anders regeln, Gestoppt, Abgebrochen, Mit dem Grenadier kann ich das nämlich, Ich brauche euch drei hier oben, Jawohl, Sir, Jawohl, Sir, Jawohl, Sir, Einheit verloren, Ja, Ist das nicht so schlimm, Ja, Ist das nicht so schlimm, Na, Kriegen wir noch, Tiberium bei, Mit der Angriff, Ja, Wirklich vernachlässiger, Der kann uns jetzt wirklich Schaden anrichten, Und, Ja, Mal einen Grenadier, Ja, Und jetzt kommst du hier hoch, Konstruktion fertig, Und, Einheit verloren, Das ist jetzt extrem schlecht, Die hätte ich nämlich tatsächlich gebraucht, Jawohl, Jawohl, Sir, Breche auf, Jawohl, Breche auf, In Ordnung, In Ordnung, So, 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 Der dürfte jetzt gleich die Aufmerksamkeit haben, Dann hat er schnell, Beheilung. Das ist vielleicht nicht ganz gut geplant. Los, lad die alle aus. Komm, lande. Komm, bleib ab. Achso. Jetzt bist du auch nicht. Ähm. Ähm. Jawohl, zahl. Brecher auf. Einheit verloren. Jawohl, schulde. Kein Problem. Ach, aber ich hätte das jetzt als Landefläche benutzen können, das ist natürlich doppelt blöd. Okay, es funktioniert. Das ist gut. Dass ich mich so blöd reingestellt habe, ist eher schlecht. Geldmittel unzureichend. Jawohl, zahl. Gestoppt. Abgenommen. Gestoppt. Gestoppt. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Wird gebaut. So, ähm. Jawohl, zahl. 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 Los, schnell, Beeilung. So, nein. So. 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 Ihr geht nach Hause. Ähm. So. 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 Ah, gut. Der kam nicht durch. Große Frage ist, wie zerstöre ich den Turm? Bestätigt. Jawohl. Jawohl. Wenn man dann hier nicht aufpackt, dann bringen einen so ein paar Idioten die Panzer auf. Wird gebaut. Jawohl. Jawohl. Bestätigt. Bildditel unzureichend. Okay, die Orcas sind zumindest ausgeschaltet. Wenn ich das Gebäude zerstört bekäme, wäre das eigentlich ganz praktisch, aber das kriege ich so nicht. Und ich kriege wahrscheinlich auch keinen Flugsuch rein, wie ich das gerne hätte. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. Weil ich könnte, guck mal, ob ich... Ich könnte dort ein paar Racks platzieren. Die würden dann zumindest den Panzer sprengen. Ich bräuchte noch auf jeden Fall die zwei Panzer. Dann strömen wir noch ein paar WMTs. Dann machen wir hier vorne zu. Jawohl. So an Panzerlinien zu stellen wäre auch ganz praktisch. Ne, der Orcas kann halt jetzt nichts mehr machen. Jawohl. Jawohl. Fertig. Dann wär das einfacher. Aber wir haben jetzt sogar auch zwei Flammenwerfer. Weil somit können wir die Infanterie ein bisschen so nennen. Das ist dann nicht in. Jawohl. 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 Ich muss die Einzelne da reinschicken. Ich habe auch manchmal den Eindruck, die können gleichzeitig sein. Ein Mysterium. Und... In Ordnung. Bestätigt. Zack. Oh. Einheit verloren. Ja. Das finde ich dann gar nicht so positiv. Das da finde ich eher positiv. Äh. Okay. In Ordnung. Da kann ich zumindest Chaos spielen. In Gas hör. Spreche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Jawohl. In einer feindlichen Basis finde ich gar nicht so schlecht. Wird gebaut. Breche auf. Jawohl. 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 Breche auf. In Ordnung. Unsere Basis hoffe ich nimmer. WeNET in Ordnung. In Ordnung. Was kommt denn da für eine Armee? Jawohl. 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 Senne auf. Jawohl. 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 Dekonstruktion fertig. Wird gebaut. Präparatur läuft. Einheit verloren. Irgendwie unverreichend. Unsere Basis sind angegriffen. Präparatur läuft. Präparatur läuft. Präparatur läuft. Präparatur läuft. Da können wir landen. Präparatur läuft. Präparatur läuft. Stoppen wir doch mal. Dann. Wir ziehen wir euch mal noch. Das war's nicht. Schauen wir mal nach. Aber. Ich muss an dieser Stelle Schluss machen. Ich wünsche euch noch einen gesehnen Tag. Und ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.